hey leute was geht ab hallo und herzlich willkommen zu petrovic let's place und heute spielen wieder farcry 4 weiter eigentlich sind gerade hier in diesem kriegsgebiet so ein bisschen heilen irgendwo hier oben ich brauche sein wasser ich muss versuchen zum turm durch zu kommen ich weiß nicht wo die muss irgendwo hier sein gibt es hier kein zimmer oder was habe ich da warte Alter, von wo kann man her? So ein bisschen heilen. Zack. Steckt das Feuerzeug in meine Arme? Jawohl. Kacke. Oh, ist der Heli schon weg? Jawohl, die haben ihn kaputt gemacht. Perfekt, ey. Sie wollen die Festung zurück. Wer zieht ab. Okay, wo muss ich hin? Oh, jawohl. Oh, wasser. Wo ist das Auto? Wo ist das nächste Auto? Kavad 2. Oh, okay. Entschuldigung. Der Wolf. Perfekt. so ich hoffe keiner kommt mehr von dem helikopter ich versuche jetzt die so zu machen von wo und heilen heilen schnell nachladen die laufen wie so zombies laufen wie so zombies Die Sonne wird... Oh mein Gott! Daran sei dir selbst schuld! Ha ha ha! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Heilen! Komm schon! Was für ein Krieg, ey! Hallo? Hallo? So, noch ein bisschen heilen. Und wie? Ich mach Kabumm gleich! Jawohl! Perfekt! Leute, wir haben Besiegt! Was hast du gegen meine Abbilder? All die Plakate der arme Eric, mein Dubel, und jetzt das! Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statur bestand aus purem Gold! Oho, ey, schnell mitnehmen! Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric dafür Modell stehen musste? Nun ist es wie es ist. Nun ist es wie es ist. Essen ist fertig. Alles klar! Das Tor ist offen! Ich bin auf dem Weg zum Palast! Die Königliche Garde greift an! Wir kommen so schnell es geht! Ich schnappe mir Parga! Ist das schon Ende? Nee, oder? Das Ende von der Story, oder was? Jetzt fahren wir zu ihm zum Palast und dann den Spajern, oder was? Soooo! Bisschen Gas geben! Wieder mit Vollgas! Ich mach mal! Ah, geht keiner! Okay! Komm schon! Oha! Wie viele Ruinen, ey! Ich hoffe, ich fahre richtig, ey! Komm rein! Bitte entschuldige die Knabheit, aber die Dinas sind bereits zu Hause! Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen! So, bevor wir loslegen... Ach! Mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Arsche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Dann würde ich mit dem Ersteren reden! Dann würde ich sagen... Setz dich! Sei zivilisiert! Lass uns was essen! Doch... Das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest... Hier! Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an! Ich stand... Genau so! Und... Was waren meine Worte? Ah! Bleib hier! Genieß das Krabbenrang! Geh nicht... Weg! Ich bin gleich zurück! Nun... Wenn du... Einfach gehört... Gewartet hättest auf mich... Dann... Wäre ich direkt mit dir hierher geflogen... Um die Arsche zu verstreuen! Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der... Nicht... Hört... Der... Nicht... Wartet... Sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing mit Scheiße zu werfen! Aber ich sag dir was... Ich sag... Schwamm drüber! Hm? Du hast... Zwei Möglichkeiten... Eins... Du kannst mich erschießen... Langweilig... Oder... Du setzt dich hin... Wir essen zusammen... Und dann... Verstreuen wir... Die Arsche deiner Mutter... Zusammen... Und dann... Ich schieße ihm... Direkt in den Kopf... Komm ab... Knallhart... 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 Aber... Erschossen... Geil ey... Und schon ist das Spiel zu Ende... Was für eine Hardcore ey... Aber das hat schon Spaß gemacht... Ich glaube... Überspringe ich mal das... Ja man... Das Spiel hat schon Spaß gemacht... Das war schon... Ein Erlebnis für mich... Das durchzuzocken... Ja... Naja... Gucken wir mal... Was hier so noch... Es ist vorbei... Wir haben gewonnen... Hast du Lakshmana gefunden? Nein... Ich weiß nicht was es ist... Ist doch unwichtig... Nein... Du hast recht... Was zählt... Ist Kürat gemeinsam wieder aufzubauen... Okay... Gibt es noch eine Mission? Ich dachte... Der ist tot... Und fertig... Ja... Gucken wir mal an... Was... Ich muss bisschen was... Einkaufen... Gut... Was verkaufen... Und dann können wir gucken... Was die nächste Mission gibt... So... Wo ist die? Ah... Direkt um die Ecke... Ola... Nachbar... Oh... Mr. Gale... Tja... Das war's dann... Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr... Weckst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut... Gefällt dir was du hier alles erreicht hast... Ziemlich schade dass du bald wieder gehst... Du wirst ihn zu den Akten legen... Als Staubfänger... Außer... Es gibt noch was zu erledigen... Offene Rechnungen... Leute umzumieten... Ganz genau... Donnert... Ich bin Yogi... Du Sack... Tüte... Tüte... Diesmal nicht... Dankeschön... Alles klar... Das Spiel ist zu Ende... Ja man... Hat aber schon Spaß gemacht... Muss mir noch ein paar Sachen erledigen... Also Freunde... Das war ein Spiel... Hammer geil... Hat mir sehr viel Spaß gemacht... AJ... Pagan ist zwar tot... Aber seine Festung Rajgat steht noch... Die Truppen dort sind ohne ihren Anführerrecht unorganisiert... Du solltest sofort einen Angriff starten... Solange sie noch geschwächt sind... Gucken wir mal das an... Pagan wins... Festung... Wohoho... Ziemlich weit... Jo alles klar... Freunde... Das Spiel ist zu Ende... Wir haben uns... Den... Pagamin getötet... Wenn ihr mehr davon sehen wollt... Schreibt mir in die Kommentare... Würde ich gerne mal weiter... Spielen... So... Zeigen... Was für Sachen hier gibt's... Zum Beispiel... Irgendwelche Festungen annehmen... Oder... Diese... Glockenturm einnehmen... Ein bisschen... Sammeln... Kann ich euch zeigen... Schreibt mir in die Kommentare... Wenn euch das... Wenn ihr Bock drauf habt... Ja... Ich würde mal sagen... Bis zum nächsten Mal dann... Tschüss... Bis zum nächsten Mal...